Was geht, ob ihr geilen Schlittchen, vielen Dank fürs Einschalten und damit Willkommen zurück zu einer anderen Folge Road2Globe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, wollen wir A gehen? Lass uns sagen. Siehst du, ich hab tatsächlich angekündigt und jetzt machen wir es. Ich hab mir Verstärkung geholt, der Biber ist mit dabei. Ja, ich bin da, wir sind mit dem Befecht. So, und die gehen B, und die gehen direkt B, ja. Okay, ja, weiß. Ja, ne, er hat mich auf jeden Fall gefreut, dass es... Oh, doch, doch, kurz ist noch einer, kurz ist noch einer. Oh, scheiße, scheiße. Ja, oh, okay, alles klar. Frack die... Nein, scheiße. Das Problem ist, ich hab hier mit meinem Smurf-Account... Ja, stimmt, du musstest ja, du musstest ja. Direkt extra einen Smurf-Account machen. So, ich guck dir mal... Ah, du bist auch schon draufgegangen, oder was? Ich bin tatsächlich... Ja, ja, ich hab... Ah, krass. Ich hab mein Loadout noch gar nicht geändert. Wir haben auf jeden Fall schon gesagt, wir werden auf jeden Fall mal... Wie gesagt, es ist ja so, ähm... Wir haben uns... Wir, wir kannten uns ja von vorher eigentlich auch so generell gar nicht. Aber wir haben uns jetzt schon mal so ein bisschen geschnackt. Und wir haben auch schon überlegt, dass wir nachher, ähm... Mit deinem Team eventuell noch was aufnehmen, weil wir sagten, wir machen jetzt erstmal zu zweit ein bisschen was mit Random. Ja, ich bin da. So, dass wir mal reinkommen. Okay. So, und du gehst lang, ja? Ja. Ich hab nur nicht verstanden, was die gerade sagen. Das ist irgendwie... Es ist... Okay, da hast du aber derbe kassiert. Ja, lang geht's. Ey, lang geht's. Ey, lang geht's. Oh, nein! Kurz auch. So, noch ne Echo. Okay. Ja. Was hab ich denn hier? Scheiße, ich hab immer noch die CZ-75 drauf. Ich sollte, glaub ich, mittlerweile mal raus... Ne, die solltest du auf jeden Fall rausnehmen. Ja, das hab ich mir auch schon gedacht. Ich glaub, das sind doch tatsächlich... Ich bin schon fast... Bei mir, glaub ich, die mute, weil... ...irgendwie das... ...die reden so komische Sachen. Ja, schon, ne? So. Kurz... Okay, bei dir ist... Alter, drück den direkt mal. Oh, nein! Kurz kommt... Kurz kommt einer. Der ist jetzt... Der ist jetzt schon Richtung Spot unterwegs. Eieieieieiei. Das ist aber auch echt ärgerlich. Ja, ich mach kurz. Ich mach kurz. Geh du mal schön lang. Ja, ich mach immer lang. Dann kommst du schon mit der A-Wahn. Vielleicht kann ich aber... Wow. Ey, aber der eine drückt halt echt gut. Lang kommt. Und der hier lang. Oh, 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 oh. Katakom. Nein! Das war... Okay, das war... Das war wirklich dumm. Ich dachte... Oh, 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 oh. Katakom wär auch noch einer gewesen. Scheiße. Motherfucker. Ja. Ey, dieser Typ. To meet. To meet. Was hattest du eigentlich gerade für eine Waffe, so eine MP? Ne, ich hatte so eine scheiße MP7, weil ich... Weil ich so... Weil ich Kacke gekauft hab am Anfang. Ja. Alter Scheiße, 04 ey. Ist ja... Du solltest halt immer gucken, dass du in der vierten Runde at least auf eine Farmers kommst als CT. Oder ein M4. Oder halt aber... Da ist niemand da, Mister. Oh, oh! Scheiße, Mister, Scheiße! Mach ich doch. Ich weiß nicht. Also, DuoQ ist nichts für mich. Ich kann es hier offiziell auf Hardys Kanal sagen. Jungs, spielt niemals Solo oder DuoQ. Ja. Es ist ein teambasierender Taktik-Shooter. Das bedeutet, ab einer bestimmten Elo kommt's auf Callouts an und wenn eure Teams nichts ansagen oder... Mister, Mister... Ja, Mister, Mister. Könnt ihr damit nichts anfangen. Ich glaube... Ich glaube, da werden dir jetzt 90% der Leute in den Kommentaren absolut zustimmen. Das ist auch so. Ne, ich hatte im letzten Stream da tatsächlich gesagt, es kommt nicht auf die Callouts an. Da musst du nicht lachen. Weil es kommt... Es ist so wichtig in dem Spiel. Einfach ansagen. Du weißt, was deine teammates machen. Ja, glaube ich. Okay, also Kurz ist... One guy long, one guy long. Ich hab... Okay. Kurz ist nix. Lang kann's schon kommen. Ja, lang kann's schon kommen. Ja, lang kann's. Ich guck, ob von Kurz... Ja, lang kann's schon kommen. Ich guck, ob von Kurz... Ob von Kurz nicht noch irgendwann kommt. Wieso reden sie denn nicht mal wenigstens Englisch, ey? Ich kann das nicht nachvollziehen. Okay. One me. Äh... Two guys. One me. Oh, 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 oh. Der ist schon einer. Der sagt der Mitte an. Mitte, Mitte kommt auch. Alter! Da waren schon zwei. Nein. Wow. Hahaha. Oh, Mann. Das... Also wenn wir das gewinnen. Das ist... Das... Übertrieben. Äh... 10.000 Likes auf dem Video, oder? Wenn wir es gewinnen. Ja, Mann. Da will ich aber mindestens 10.000 sehen. Einen guten Spielerraum machen. Oh, my God. Fuckin' Pit. Oh, komm schon! Wenigstens den! Jawohl! So. Kurz einen weggemacht. So. Oh, Gott. Wir sind nur noch zu dritt. Geil. Okay. We're pushing long. Two guys. Two guys. Hardy. Zwei lang. Gehen schon durch. Ja. Ja. Schön, schön. Noch einer. Warte, mach mal. Easy, easy, easy. Was?! Das ist ja wohl ein Witz! Easy peasy. Da drückt der mich einfach mit seiner scheiß Pistole ein, ne. Aber diese Typen in unserem Team machen mir der Kopfschmerz. Die reden irgendwas. Ich versteh das nicht. Bei allem, ich hab tausendmal A angesagt und dieser Amazing steht halt immer noch Mitte. Was macht er? Ja, vor allen Dingen. Guck mal, das ist zum Beispiel wieder so eine Szene, kann ich auch mal kurz erklären. Für Beginner. Die Bombe ist gelegt, der Typ hat eine AWP. Er soll sein Safe in gehen. Und er peekt immer noch. Und er drückt halt auch nichts. Das ist halt... Besser, als was er noch Mitte guckt. Die sind beide auf A. Ich hab beide angesagt. Und er guckt immer nur Mitte. Er sollte jetzt eigentlich B gehen. Oder Richtung T-Spawn und safen. Er wird nochmal peeken und er wird down gehen. Oder? Ja, vielleicht nimmt er noch einen mit. Ah, ne, Mitte kommt jetzt raus. Mit kurz. Das hört er noch nicht. Immer die Flash. You're gonna die, I think. Da er geht down. Nice! Lol, er hat's überlebt. Oho. What the fuck? Ich smoke mal kurz jetzt hier, und dann.. hoffe ich mal, dass mir da nicht irgendwie sowas entgegengesprintet kommt. Yellow, don't push. Yellow. Yellow, don't push. Und der haut sie weg. Ah, geil. Und noch einen. Okay. Sehr, sehr geil. Der eine hat noch Ulo. Hello HP, come on, come on Okay Ja, das Ding ist, die sind halt echt Nein, komm schon! Oh, wer die Granate wirft, stirbt, ey Es ist einfach jedes Mal so Die ganzen Leute flamen, ja, ich kaufe ein Entschärfungskid Keine Sorge Wow, das mache ich zum Beispiel Matchmaking so gut wie nie Echt nicht? Machst du auch nicht? Entschärfungskid? Ja, aber das liegt auch daran, dass wenn wir Pre-Team spielen, dass meine Mates halt meistens haben Und dann kannst du aufpicken Ah, okay Oder wir halt immer relativ schnell retaken Wir spielen das jetzt auf last second Okay Oh, das hört sich schön nach Alang an Ey, der Junge drückt aber auch mit den behinderten Waffen, das ist der Wahnsinn Ähm Ja? Ja, Alang, oh, oh, der macht das Der letzte ist unbekannt Okay, ich bin... Ich habe noch keine Ahnung Nein, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Okay Komm schon Den will ich haben Den will ich jetzt haben Komm schon, Kollege Da ist er Links, links Ja, ich habe ihn gesehen, habe ihn gesehen So, weg mit dem Geht mal ab... Geht mal ab! ja 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 hier genau aber meistens gehst du links sind da habe ich habe ich habe ich zu zu langsam mitgekriegt aber ich glaube die mitte wahrscheinlich aufpassen wobei da da kommt aber auch ein bisschen was von langen mit so alles klar mein lieber der guckt jetzt ganz viele leute zu kann doch mal beide lang gehen ja komm wir pushen da jetzt mal rein ich habe mich jetzt kannst du die awp nehmen und ja aber da ist noch einer ja kleiner wichser die liegt da oder die awp je nachdem wow to short ja komm ich lass ihn mal kommen ja 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 ok wo ist der wichser links er ist nach links gelaufen und der andere wird backstab im a kommt ja wahrscheinlich ah nee a ist frei da ist da ist er oh ja wie er mir oh alter schwede aber ich finde die spielen auf jeden fall schon mal besser als also das ist auf jeden fall nicht ak also zumindest nicht die ersten also mindestens doppel ak wahrscheinlich was machen wir denn du gehst kurz ne ich würde das sogar mal sagen dass sie noch ein tipp besser sind die m ganz gut oh einer ist schon mal weg oh 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 da steht er schon ich habe ihn schon gesehen oh den hab ich gedrückt oh leil und lässt sich ja was lässt du dich auch weg snack man aber hd ich glaube du hast dein mikrofon allgemein gemuted in game oder hast du gerade was gesagt ne 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 ich hab grad nichts gesagt ach so ja die gehen jetzt b raus und wir sind alle a das ist halt ich brauch halt mal ne waffe warte mal oh ja nimm dir mal die aber wir gehen jetzt einfach mal testbar mal gucken was da ist komm mit ich komm mit ich folge dir oah die Drecksau das ist ja da halt immer noch stilles krass nach einer minute ja da ist da ist der nächste da ist der nächste oah oah ja 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 was hinter mir nein der ist doch da gewesen da war der da war ich hab ihn doch ich wusste es ich war verwirrt man alter kann er mal aufhören mit seiner scheißmucke was ist denn das alter was für ein wichser ich hasse solche leute ich musste den jetzt auch mal pflocken das ist ja ey es gibt nur besoffene und zugekippte Spastis im mm wenn du nicht preteam spielst ich bleib dabei ihr könnt mich in den kommentaren flamen ok oh da kommt short was guck mal short er schmuggt er hat er wie er mir auf ja das ist einer einer short mit ak ist jetzt sofort schmuggt schmuggt jetzt ich weiß doch gar nicht dass der durch ich hab keinen step gehört gerade what the fuck der typ ey oh man sehr geil aber der shuttle war ganz nice das war ja da kann man echt mal loben der war schon sehr sehr der war lecker wir können ja mal äh ich komm mal ja ich komm mal b ich komm mal lang mit hast du ne flash oder sowas äh ich hab ne smoke nur smoke und äh frag äh kannst du die smoke hier drüber werfen ja dass die bei oh ich könnte es mal probieren ja gucken wir mal ne 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 die musst du an die karte werfen von dem da ach klar aber da ist schon einer ach das gibt es doch nicht ah den einen hab ich runter gedammt haha oh lol ich hab mich tatsächlich auf null runter gekauft geil egal gucken wir mal ob wir mit der aber was anfangen können so ich bleib jetzt einfach mal hier gucken wir mal ob short was na short sieht noch gut aus ok oh das 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 könnte ja wir haben auf jeden Fall schon mal einen vorteil aber oh nein kurz Awe steht an den steht guckt schon er hat sich gesehen oh man wie der mich einfach direkt weg gehauen hat ok dann gucken wir mal was du jetzt da raus machst 1B boah haha geil komm schon mach ihn oh er macht ihn haha ja die farmers die ist halt auf long range ist sie nicht so gut aber ich finde halt äh auf close distance hier zum beispiel auf short ist sie halt hammergeil weil die halt so einen geilen spread hat ok oh hier kleiner trick oh nice schön gemacht schön gemacht schön gemacht guck mal das zum beispiel spiele ich immer da hast du hier so eine kante und die können dich noch nicht von lang äh von dir abämmen oh da war er da war er scheiße war zu schnell aber das ist halt zum beispiel auch sowas was halt voll kacke ist da gebe ich dir zum beispiel vollkommen recht äh was matchmaking angeht so solo q oder so die rennen halt alle kreuz und quer hier mit der bombe durch ne hab doch nichts mehr naja Het Jan wo ist denn hin der kleine wichser oh ah also das gibt es doch gar nicht ich krieche dich mein freund nach fünf millionen schüssen dann zu 222 oder kommen sie schon auch geil direkt weg gehauen hier jetzt bräuchten wir eigentlich das mode bezahlen ich hab aber keine von hinten nein ok und überlebt es natürlich nicht und das sind so sachen das passiert nicht weil der heilis war in der mitte das macht keinen sinn na komm komm schon auch ja kommt schon holt euch den handy ab und du kannst du gehören ja ich hätte mit der waffe auf range ist schwierig ich würde rausgehen und versuche mal über t-spawn b zu gehen das 55 sekunden ja aber der wird ja ganz schnell raus nein nein diese drecksau ja das ist unlucky ja wow ok ey die typen waren ja schon wieder die labern einen scheiß einfach voll hinten oh scheiß behind 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 ist er schon dauernd ok können wir drauf ah das kommt halt auch alles war mit ich hab die bombe was machen wir denn gehen wir A ja ich würd schon sagen also die gehen zumindest A ok oh short ist aber boah ist aber wieder harter tobak ey ja nice hat sich der eine wieder weg snacken lassen ja die liegt jetzt natürlich mega scheiße ok ich geh mal über short ey ich hab noch lange da müsst eigentlich gleich mal einer raus pushen oder irgendwo hier ist nichts keiner hier das ist doch gar nicht dass die jetzt nicht pushen ist 2 middle 2 middle go 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 rush it rush it ok ok planting planting ach komm schon den hole ich jetzt mal bam so zwischen die augen du wichser ich versuche mal Bill weg zu hauen mit der scout wenn der komisch rumkommt aber du kannst mal mit B gehen und ja ich komm und gucken dass keiner unten cutters rush weil wir in der mitte ich das sind zum beispiel so sachen äh dieser blau aber ich den geliebt hab wenn der jetzt ansagen würde würdest du ja nicht tun ja das stimmt ne ich gucke aber grün ist auch da und da boah der geht mit der bombe geht der jetzt mitte gucken boah der geht mit der bombe geht der jetzt mitte gucken boah der geht mit der bombe boah der geht short boah der geht short ey wir können hier unter dich B raus gehen ja ok ok let's go B guys oh shit i got the bomb oh ist der double dose kommt was raus der ist weg ok B clear B is clear alright im coming oh easy u got this guys ok so hier sehr gut er steht am T T spawn T spawn T spawn guck 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 Hadi das musst du zeigen ich sag T spawn guck mal wo der hinguckt guck mal wo der hinguckt der Typ siehst du das T spawn und der kommt da und der kommt da und der ist nur versungt und der ist so crushed guck mal guck mal guck mal was er macht der kommt die ganze Zeit da oben rein weißt du der Typ ist safe T spawn der kommt über cutters oder steht einfach T spawn und safet AWP er safet sogar und ich würde dir nicht empfehlen über T spawn weil der im da ab ja einfach Zettel Messer in die Hand Zettel weißt du und er guckt immer noch hin ey guck mal guck mal du bist raus ja und er steht immer noch jetzt kommt er Hadi nenn uns einfach äh du Q mit bekifften Dudes wenn du da irgendwie Hilfe brauchst oder sowas sagst bescheid ne äh ja oh der schieß hä 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 schick schick P oh my god der Typ ist geil low wo zum ersten mal durch den Smoke gehitet oder was Mitte ist immer noch clear ich versuch mal B einen zu pieken und dann können wir da eigentlich drauf ja ok lass mal A gehen lass mal A gehen jetzt haben wir A alle weg ja alles klar also einer müsste B sein und einer keine Ahnung A A spot on ich ähm ja genau der Rest ist B komm ey guys warte oh wie er sich wie er sich trotzdem holt nice ja da musst du immer drauf achten wenn du zum Beispiel ähm also wenn du halt siehst du musst halt immer beobachten wo deine Teammates halt die Gegner weg holen und wenn du halt merkst zum Beispiel A wurden grad zwei weggeholt und A deckst du halt mit zwei, drei Leuten dann äh gehst du halt eher A weil B waren halt zum Beispiel zwei okay einer rotatet dann über Mitte ja und dann geht man dann halt direkt A und dann hat man das auch safe eigentlich so wollen wir mal gucken was hier auf mich wartet oh da wartet schon einer wir können mal short gehen Hardy wenn du Bock hast ich hab APP du gehst mal vor ich hab ne Flash dann guck mal die Bombe hier ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm er kann vielleicht schon über T spawn oder so ja ich planter oh shit one is short last one is short okay nice he is right on him and he is dead I think he can't escape nice dann hole ich den jetzt ja komm den hole ich trotzdem der sitzt bestimmt da unten in der Ecke der kleine Wichser ne sogar nicht oh wo geht er denn jetzt lang watch out ah der kommt äh okay da ist er ey ich wusste es ich wusste es dass er noch im Campdale ja da gewartet hat okay B is clear good oooohh obenloch 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 ok sind noch 3 aha aha wie er inzwischen einfach mal so ein paar Shots absetzt oh last two mid one window one window one door one window one door nice oooohh wie er 360 machen wollte haha was der Typ haha hm matcher is nix wir können jetzt lang gehen äh ja 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 weil schon einer da wirfst du die Dinger gegen ok geil jetzt kill den schön äh city smoke liegt oh my god man oh oh wie er die oh der hat mich aber ey bin hier auf den Fersen ich guck ich guck unten ich guck mal ja ich guck mal wir können über lang verschieben äh wenn ich die Bombe hätte hier go long und wahrscheinlich sofort tot boah er hält sich ja weil das Ding ist die sind schon rotatiert zu B jetzt haben wir hier ein oh wie er da steht ich wusste es oh nein und ich hab's nicht schnell genug gerafft oh nein verschossen nein ich werde jetzt mal richtig low spielen komm schon wenigstens einen ja wir sollten halt mal versuchen mal lang zu gehen aber wie ich es nicht geschissen kriege oh wie ich gerasht boah das war oh scheiße dafür kriege ich richtig flame dafür kriege ich flame aber ich ja wir haben uns immerhin ja es ist noch nicht vorbei es ist noch nicht vorbei ok krass und der krieg hast du grad gesehen der Typ steht hier ja 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 aber da oben ist auch noch ja aber da kommt ich dachte der wär durchgelaufen der Sack ach come on das gibt's doch nicht er skippt right komm schon ja den hast du tschööööö ja NEEIN TADDES TADDES boah oh lass mich dahin oh uiuiuiui merci oh scheiße du dich trä du dich trä wow next level guck mal von hinten nice NEEIN da war noch einer ja machste nix ey was haben wir mit der 1723 du hast 2923 ja gut gespielt haben wir nichts gerissen fand ich aber trotzdem war ne unterhaltsame Runde auch wenn wir verloren haben man kann nicht immer gewinnen ah nee ich hab gegen double AK verloren mit nem global ja genau haha erst mal nein nein so schlimm wäre die Kommentare nicht auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal bei dir dass du dabei warst hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mein Lieber oh yeah und ähm ich würde sagen ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs zuschauen mich freuen wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet wenn ihr es wieder heißt Counter-Strike Adi Miuuuu im 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 Bis zum nächsten Mal.